Bei 10 plus 1 werden 10 Bäume in Afrika und ein Baum wird in Vorarlberg gepflanzt. Bringt denn dieser eine Baum in Vorarlberg etwas? Die Wälder leiden überall auf der Welt unter dem Klimawandel, also auch bei uns in Vorarlberg. Es wird wärmer und trockener, damit tun sich Fichten besonders schwer und von denen gibt es sehr viele. Was unsere Wälder also brauchen, sind andere Bäume, solche die mit Trockenheit und Hitze besser umgehen können. Und genau dafür sorgen wir mit 10 plus 1 in Vorarlberg. Wir unterstützen den Landesforstdienst bei der Aufforstung mit Baumarten, die fit sind fürs Klima.